Herzlich Willkommen zu Neues aus der Unendlichkeit kompakt. Mars, ein Update. Schauen wir uns den Mars heutzutage an. Es ist eine rötliche Wüste aus Sand und Staub, knochentrocken, aber es gibt ein bisschen Wasser und zwar in Form von Eis im Marsboden und oben in Form einer Polkappe, die aber nicht nur aus Wassereis, sondern auch aus Trockeneis-CO2 besteht. Mars sah aber nicht immer so aus. Vor etwa vier Milliarden Jahren, da gab es dort viele Vulkane, die Atmosphäre war dichter, es war wärmer. Flüssiges Wasser konnte existieren und zwar in tiefgelegenen Gebieten, die sich vor allen Dingen im Norden des Mars befinden. Und hier sehen wir eine Höhenprofilkarte mit den Landestellen der verschiedenen Raumsonden. Alles, was blau ist, ist tiefgelegen und das sind eben auch die Gebiete, wo es früher Wasser gegeben hat. Und vor allen Dingen in solchen Gebieten ist man gelandet, zum Beispiel 1976 die Sonde Viking 2 und auch die aktuellen Missionen Mars 2020 und Tianwen 1. Mars 2020 ist in einem ehemaligen Krater gelandet, Jezero. Dieser Krater, das war ein See. Hier sehen wir, wie es vor dreieinhalb, vielleicht 3,8 Milliarden Jahren dort ausgesehen sein hätte können. Von oben links fließt ein Fluss hinein und rechts fließt dann ein Fluss wieder heraus. Dieser Krater muss übrigens, wie wir heute wissen, mehrfach trocken gelegen haben. Der See hat sich also immer wieder erneuert. Erste Ergebnisse der Landesonde. Hier sehen wir die Landestelle ein bisschen genauer. Sie befindet sich am Ende von dem Flussdelta des hereinfließenden Flusses. Zunächst aber war die Landung natürlich wie immer beim Mars ausgesprochen gefährlich. Hier sehen wir eine künstlerische Darstellung und hier können wir erkennen, wie die Schutzkappe abgeworfen wurde und darunter sehen wir schon das Delta, dem wir uns langsam nähern. Die Landung war sehr gewagt. Zunächst einmal hat man ein Gestell gehabt, das an Raketen schwebte, einige Meter hoch und von dort wurde dann das Landegerät langsam an Seilen abgesetzt. Der Vorteil ist, dass man so eine sehr sanfte Landung hat und man muss den Hoover nicht gegen starke Stöße von der Landung her absichern. Das macht das ganze Gerät etwas billiger. Hier sehen wir erste Fotos von einer solchen Landung. Der schwebende Kran von dem Landegerät aus fotografiert. Sehr schön sehen wir die Düsen und auch die Seile, an denen der Hoover hängt. Das ist jetzt also der Blick von unten nach oben und hier der umgekehrte Blick von oben nach unten. Da sehen wir den Hoover, wie er langsam immer tiefer sinkt und im Staub, der aufgewirbelt wird, durch die Landedüsen scheinbar versinkt. Ein erstes Übersichtsfoto. Das Gerät kostet etwa 2,5 Milliarden Dollar. Wir sehen keine Solarzellen, es hat nämlich eine Nuklearbatterie dabei. Damit kann man sicher für viele Jahre Strom erzeugen und die Solarzellen können auch nicht durch Staub überlagert werden, so dass die Stromversorgung dann gefährdet ist, wie das bei anderen Sonden immer wieder der Fall gewesen ist. Die Gegend ist ja abwechslungsreich. Hier sehen wir zum Beispiel in zweieinhalb Kilometer Entfernung einen Berg, Santa Cruz. Wir sehen auch sehr viele Felsbrocken und es gibt interessante Gesteinsformationen und die möchte man genauer erforschen und das kann die Sonde. Sie hat nämlich eine Zoom-Kamera dabei. Hier sehen wir einmal, wie dicht man da heran zoomen kann. Man weiß nicht genau, was das für ein Felsen ist. Ist er entstanden durch Vulkanismus? Ist es Vulkangestein oder ist es ein Sedimentgestein, was durch den Fluss dort abgelagert wurde. Das kann man aber feststellen, denn der Ruhrer kann an verschiedenen Stellen ja Bohrungen ausführen und das Gestein genauer untersuchen. Erstmals hat man auch ein kleines Fluggerät dabei, ein Mini-Hubschrauber, man könnte auch sagen eine kleine Drohne, Ingenuity. Und diese Drohne, die sehen wir hier im Größenvergleich, ist schon ziemlich klein, aber es ist sehr schwierig auf dem Mars tatsächlich zu fliegen, denn die Atmosphäre ist ja sehr viel dünner als bei uns auf der Erde. Schon in 8 Kilometer Höhe auf der Erde, da haben die Hubschrauber Probleme überhaupt noch zu fliegen. Und insofern hat man hier also solche Rotoren, die sehr schnell rotieren, mit etwa 40 Umdrehungen pro Sekunde. Es war aber nicht klar, ob das tatsächlich ausreichen würde, denn die Bedingungen vom Mars mit der dünnen Atmosphäre und mit der geringen Schwerkraft kann man auf der Erde nicht so gut nachahmen. Es war ursprünglich ein Ingenieursmodell, man wollte gucken, ob sie überhaupt funktioniert. Und zunächst einmal ist dann diese Mini-Drohne einige Meter aufgestiegen, also es funktioniert tatsächlich. Es hat auch eine Kamera, hier hat sie ihren eigenen Schatten aus der Luft fotografiert. Und aus den fünf Flügen sind schon viel mehr geworden. Hier eine Impression aus dem neunten Flug. Man hat also entschieden, dass die Drohne Perseverance, diesen Mondauto, auf seinem Weg begleiten wird. Das hat große Vorteile. Man kann sich nicht nur einmal angucken, wo eigentlich das Auto gefahren ist. Das sehen wir hier. Die Fahrspuren sind gut zu erkennen. Und man kann auch schauen, wo man hinfahren will. So kann man zum Beispiel umgehen, dass man aus Versehen in eine solche kleine Dünenlandschaft hineinfährt. Ja, und der Rufer wurde sogar aus der Luft fotografiert. Das erste Mal überhaupt, dass man so etwas gemacht hat. Das Besondere bei dieser Mission ist, dass Proben entnommen werden. Die werden in kleine Röhrchen abgefüllt. Die werden dann in die Gegend geworfen. Das ist so ein bisschen wie Müll ablassen. Und diese Probenröhrchen sollen mit einer folgenden Mission aufgesammelt werden, zu einer Sammelstelle gebracht, in eine kleine Rakete verfrachtet und dann in die Marsumlaufbahn geschossen werden. Dort wiederum müssen sie warten, bis eine weitere Mars-Sonde kommt. Die soll dann diese Proben aufnehmen und zur Erde zurückbringen. In der Summe also tatsächlich eine sehr aufwendige Mission. Aber hiermit wird man diese Proben zunächst einmal sammeln. Auch die Chinesen sind erstmals erfolgreich zum Mars geflogen. Sie waren übrigens huckepack dabei bei der misslungenen Mission der Russen zum Marsmond Phobos. Die ist aber nicht weit gekommen. Die ist wieder letztlich abgestürzt in die Erdatmosphäre. Das ist Tianwen 1. Frage an den Himmel 1. Und die Chinesen sind auch, was die Werbung angeht, tatsächlich ähnlich gut wie die NASA. Sie haben nämlich, und das hat man vorher noch nie gemacht, eine kleine Mini-Sonde abgestoßen auf dem Flug und die hat dann diese Sonde Tianwen 1 fotografiert. Hier erkennen wir einen Größenvergleich, unten ein Mensch. Oben sehen wir noch gut verschlossen das Landegerät. Hier eine künstlerische Darstellung. Anders als bei den Amerikanern hat man eine Sonde, die im orbit bleibt. Die wird auch als Relais nutzen, um die Funksignale zur Erde weiterzuleiten. Und hier eine erste Impression vom Mars. Nun, wo ist man gelandet? Wieder in einem niedrigeren Gebiet. Das war vorher nicht ganz klar. Es gab zwei alternative Landestellen. Ausgewählt hat man sich dann diese hier. Wir sehen, das ist so in der weiteren Nähe von Perseverance und auch der Landestelle von Viking 2, aber jeweils einige hundert Kilometer davon entfernt. Eine Landesequenz von dieser Landung, ähnlich wie die Amerikaner, haben auch die Chinesen hier, dann eine Landung richtig schön gefilmt. Zunächst einmal, wie der Fallschirm sich aufspannte, dann wieder Schutzschild abgeworfen wird und wie man langsam sich der Oberfläche nähert. Hier ist man direkt gelandet. Also nicht so eine aufwändige Landung, wie die Amerikaner es getan haben. Aus der Entfernung sehen wir hier den Schutzschild und den Fallschirm. Und dort ist auch mittlerweile schon tatsächlich dieses kleine Mondauto hingefahren, um das aus der Nähe zu fotografieren. Da kann man zum Beispiel sehen, wie ist eigentlich jetzt der Zustand des Schutzschildes, wie hat der Fallschirm die Landung überstanden und wie stark war der Aufprall. Eine erste Übersicht über die Landestelle. Es ist ein sehr viel sicheres Gelände, aber trotzdem konnte auch diese Mission erst einmal etwas in der Luft schweben und zwar um sich eine Übersicht über die Landestelle zu verschaffen. Wo sind große Steine, wo ist ein ebenes Gelände. Das konnte man abtasten und so konnte dann eine sichere Landestelle gefunden werden. Hier sehen wir das eigentliche Landegerät. Ausgefahren die Schienen, da ist also schon das Landeauto heruntergefahren. Hier ein Rückblick auf die Landestation und die ersten Fahrspuren. Und ebenfalls haben die Chinesen das erste Mal eine Minikamera abgesetzt, die jetzt das Duo von dem Mars-Ruver und von dem Landegerät gefilmt hat. Ich hätte also dieses Mars-Auto gerade eben diese Kamera abgesetzt, ist zurückgefahren zu dem Landegerät, dreht sich jetzt da freundlich zu. Das ist tatsächlich sehr werbewirksam. Und hier dann ein sehr schönes Foto der beiden. Also kein Selfie, wie die Amerikaner das bisher gemacht haben, wo die Sonde sich in vielen Fotos selbst fotografiert hat und man das zusammengesetzt hat, sondern hier hat man wirklich eine extra kleine Kamera abgesetzt, die dann dieses Foto aufgenommen hat. Aus dem Orbit hat man ebenfalls die Landestelle fotografiert. Da sehen wir zunächst immer das Landegerät. Nach links und rechts gehen so helle Strahlen aus. Um nämlich die Explosionsgefahr zu mindern, hat man den Treibstoff am Ende abgelassen. Der ist dann natürlich sofort gefroren und das sind diese hellen Strahlen, die da scheinbar herauskommen. Links daneben dann der kleine Mondrufer. Hier blicken wir noch einmal zurück mit den Fahrspuren auf das Landegerät. Wir sehen hier Solarzellen. Hier haben wir also keine Nuklearwatterie dabei, sondern hier wird der Strom über Solarzellen erzeugt und dann auch die kleine Antenne. Damit kann man dann den Kontakt zur der Orbitersonde herstellen, die man braucht als Relais zur Erde. In Mars Express 2003 hat etwas Interessantes entdeckt, nämlich scheinbar flüssiges Wasser unter der Marsoberfläche in der Nähe des Südpols. Nachdem man noch weitere Ergebnisse von dem Radar untersucht hat, meinte man noch viel mehr solche unterseeischen Seen entdeckt zu haben, aber einige erstaunlich nahe an der Oberfläche, wo es eigentlich viel zu kalt wäre für Wasser. Nun hat man dort keinen Hinweis auf Vulkanismus, der könnte entsprechend Wärme zur Verfügung stellen und so stellt sich die Frage, ob man hier wirklich Seen entdeckt hat. Mittlerweile wird das tatsächlich ein bisschen in Zweifel gezogen und da kann Tianwen 1 helfen, denn auch die Muttersonde, die im Orbit verblieben ist, hat ein solches Radar, um das genauer zu untersuchen. Die dritte Sonde im Bunde, die angekommen ist, ist Al-Amal von den Vereinigten Arabischen Emiraten, übersetzt Hoffnung. Hier ein erstes Willkommensfoto. Was man dort sehr schön erkennt, das sind aneinandergereiht die drei großen Vulkane. Monus Olympus liegt hier noch ein bisschen links daneben, halb im Schatten. Auch der Nordpol oben ist nicht ganz so gut erkennen und Wallis Marineris, dieses Grabengebiet, das sehen wir rechts außen. Hier ist jetzt Monus Olympus deutlich besser zu erkennen. Wir haben hier eine Orbitersonde, die im großen Abstand den Mars umkreist, die man vollständig im Blick hat und zwar in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Da haben wir das Ultraviolette, oben links, rechts daneben dann im Rotfilter, das ist dann der Infrarote und unten der sichtbare Bereich. Damit kann man jetzt zum Beispiel das Wettergeschehen sehr genau verfolgen, die Temperaturen zum Beispiel. Oben die Temperatur in der Atmosphäre, unten die Oberflächentemperatur. Außerdem kann man im Infraroten sehr gut verfolgen, die Verteilung von Wasserdampf und von Staub in der Atmosphäre. Das ist wichtig, um das Wettergeschehen dort genauer zu verstehen. Im Ultravioletten kann man zum Beispiel Polarlichter sehen. Nun gibt es keine großen hellen Polarlichter, der Mars hat ja kaum ein Magnetfeld, aber es gibt Polarlichter. Die leuchten aber nur am Ultravioletten, das wusste man schon, aber jetzt kann man die Orte, wo sie aufleuchten, genauer als bisher bestimmen und hier auf eine Marsbild projiziert, wo die Polarlichter aufleuchteten. Da kann man also verfolgen, wo im Laufe der Zeit die starke Polarlichter erscheinen. Und dann kann man die Verteilung verschiedener Gase beobachten, zum Beispiel oben vom Wasserstoff, in der Mitte von Sauerstoff und unten dann von Kohlenmonoxid und verschiedenen Wellenlängenbereichen des Ultravioletten. Hier die Verteilung von Wasserstoff, oben sehen wir auf die Tagesseite des Mars, unten auf die Nachtseite. Dadurch kann man verstehen, wie der Mars seine Atmosphäre langsam verliert. Das tut er, weil er ja anders als die Erde kein Magnetfeld besitzt. Der Sonnenwind kann also einfach über die Marsatmosphäre hinweg streichen und immer wieder Gas mitreißen. Die Atmosphäre des Mars also wird beständig dünner. Und wie das genau passiert, das möchte man genauer verstehen. Dann hat der Mars ja zwei Monde. Hier sehen wir ein Computer-Mosaik vom Mond Deimos. Das sind Aufnahmen, die die Viking-Sonde 1977 gemacht hat. Und seitdem hat man keine weiteren Aufnahmen dieses Mondes gewonnen. Keine wirklich scharfen Aufnahmen. Ganz anders als von Phobos, den wir hier rechts daneben sehen, im richtigen Größenvergleich zu Deimos. Die Marsbahnen sind praktisch kreisförmig in der Äquatorebene. Der Phobos ist dicht da dran und da die meisten Mars-Sonden relativ dicht an Mars kreisen, wurde er auch immer wieder mal von einer Sonde aus der Nähe fotografiert. Anders als Deimos, der weiter außen kreist. So haben wir von Phobos wirklich wunderschöne Aufnahmen hier zum Beispiel aus dem Jahre 2008. Der Krater ist Digny und in diesem Krater sieht man noch sehr schön einen weiteren Krater. Phobos also wurde schon relativ genau untersucht, ganz anders als Deimos. Das könnte Al-Amal tatsächlich machen. Er hat ebenfalls eine Umlaufbahn, die in der Äquatorebene verläuft und er kann sich bis auf 20.000 Kilometer den Mars annähern und dass es die Höhe in der Deimos den Mars umkreist. Man weiß nicht, ob das geplant ist, aber prinzipiell könnte die Sonde in der Nähe von Deimos vorbeifliegen und dann die weiteren, die nächsten scharfen Aufnahmen liefern, die ersten seit 1977. Was für weitere Missionen sind geplant? Da haben wir ExoMars, das ist der europäische Rover, der 2022 starten soll. Dann eine japanische Mission. Sie möchte Gesteinsproben nicht vom Mars, sondern von den Mars-Monden zur Erde bringen. Die soll 2024 gestartet werden, mit der Hoffnung, die Proben dann 2029 im rüdischen Labor zur Verfügung zu haben. Dann diese sehr komplizierte Aufreiung von Mars-Missionen, um die Proben der jetzigen Sonde 2020 zur Erde zurückzubringen. Dann war sie erst einmal das Gerät, was hinterherfahren soll, die Route, die jetzt Perseverance abläuft und dann die kleinen Röhrchen, die da abgeworfen wurde, aufsammeln. Die werden dann zurückgebracht zu einer Zentralstelle, wo das nächste Gerät landet, mit einer kleinen Rakete, um diese Proben dann in die Mars-Umlaufbahn zu bringen. Das soll dann 2026, 2028 funktionieren und dann in der Hoffnung 2030 wieder zum Mars zu fliegen und aus der Umlaufbahn diese Proben aufzusammeln und zur Erde zurückzubringen. 2031 würde man diese Proben dann auf der Erde erwarten. Die Chinesen haben nach ihrer erfolgreichen Landung gesagt, dass sie auch weitere Missionen planen und sie wollen sogar schon Marsgestein im Jahre 2030 im irdischen Labor untersuchen. Da wären sie also ein Jahr schneller als die Amerikaner und die Europäer. Und dann natürlich die Frage, wie ist es mit einer möglichen Mars-Station? Eine erste Planung dafür gibt es tatsächlich. Die Amerikaner zum Beispiel, dass man vielleicht 2039 dort landen könnte. Allerdings wahrscheinlich dann nicht nur mit einem konventionellen Antrieb, sondern auch mit einem Atomantrieb. Eine Kombination wahrscheinlich von beidem. Und das sind die geplanten Missionen, die man jetzt so in der Planung hat. Das wäre einerseits von der privaten Firma SpaceX, die sehr ambitioniert schon 2024 dorthin wollen. Das wird sich vermutlich verzögern. Da kann man sehr gespannt sein, wie es weiterentwickelt. Die Chinesen wollen dann die ersten Menschen schon 2033 hinbringen. Sie wollen eine permanente Station bauen und zwar dort, wo sie landen wollen. Von dort wollen sie auch die Gesteinsproben zur Erde bringen. Und sie haben auch gleich vor zu gucken, wo könnte es interessante Erze geben, wo sich ein Abbau vielleicht lohnen könnte. Weitere Missionen werden dann 2035, 2037 und 2041 geplant. Die Amerikaner würden vermutlich erst Ende oder Mitte der 30er Jahre hin. Klingt wahrscheinlich erst Ende der Jahre. Denn 30er Jahre, genau wie die Chinesen, würden auch sie dann mit einem Nuklearantrieb planen. Die Chinesen haben das ebenfalls bekannt gegeben. Und auch die Vereinigten Arabischen Emiraten würden eine permanente Mars-Siedlung planen. 2117, das ist ein realistischer Zeitraum. Alles andere muss man abwarten, ob das wirklich so schnell geht. Diese krumme Zahl kommt dadurch zustande, dass im Jahre 2017 gesagt wurde, in 100 Jahren wollen wir spätestens dann eine Mars-Siedlung dort haben. Wir sehen, der Mars bleibt ein interessantes, beliebtes Ziel. Wir können gespannt sein, was uns da noch alles für Ergebnisse in der Zukunft geliefert werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.